Hast du dir ein Skin gekauft für deine? Was? Für deine... Weil meine Waffen gar nicht wechseln Doch, mit dem Mausrad Ne, ich hab mir ein Skin Skin gekauft Warum? Weil der was cool aus sah Aber ich glaub irgendwie müssen wir über deine rote Hose und deine grüne Jacke noch mal reden Ich hab nichts anderes alter Dann mach dir doch B das Rot oder B das Grün Eine sind Mischmasch Ich weiß aber gar nicht wie ich das ausschalten kann, dass meine Tastatur sich hier mit Battlefield knüpft Das Bombardement des Feindes Unsere Losses sind sehr schwer, aber die Attacken wird passieren Focuse your strengths auf einen Sektor auf jeden Secure es und weiter Trust your Training und Dірungsschir 4 3 6